Die zwei Tage Volldampf haben sich voll gelohnt. Es geht alles ganz ruhig, sachlich und kontinuierlich voran. Wir haben heute einen wunderbaren zweiten Wahlprogramm-Parteitag abgehalten. Unser Programm ist gewachsen und vielfältiger geworden. Da wir gut 110 Anträge beschlossen haben. Bei dem Parteitag fand ich es sehr gut, dass wir längere Zeit was gearbeitet haben. Viele Programmanträge. Inhaltlich diskutiert. Ganz viele neue Programmpunkte. Wunderbaren Auftrag für das nächste Jahr im Landtag. Das hat mir sehr gefallen. Liebe Niedersachsen, macht weiter so. Dann kommt ja auch in den Landtag. Wer ist für diesen Antrag, ist ein Antrag. Danke, wer ist dagegen, ist abgelehnt. Er ist abgelehnt. Also nochmal von vorne. Wer ist für diesen Antrag, ist ein Antrag. Danke, wer ist dagegen, ist dagegen. Große Mehrheit angenommen. Vielen Dank. Ich finde, das war ein sehr, sehr toller, produktiver Parteitag. Dieses Wochenende hat mir vor allen Dingen gezeigt. Wir haben unheimlich viel vorangebracht. Es wird hoch konzentriert, gerade das Wahlprogramm fertig gemacht. Es gab so viele Anträge zu ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Es war eine sehr, sehr gute, konstruktive Arbeitsatmosphäre. Jetzt, hier und heute, ja, waren die echten Piraten da. Begeisternde Reden, die nach vorne gehen. Ich bin wirklich begeistert. Konstruktive Atmosphäre, in der das stattgefunden hat. Ganz toller Tag. Und wir rocken die Wahl. Das wird sehr, sehr gut erweitern. Wir brauchen werden, wenn eine öffentliche Untersuchung über die Auswirkungen des jeweiligen Forschungsziels auf unsere Grundrechte vorliegt. Wir setzen uns mit diesem Antrag für eine Veröffentlichung ein. Als Zeller freut es mich, dass sich in Kanzlerweise im Irren lassen, wo wir das Programm beschließen werden. Und das finde ich absolut super. Mit dem wir in den Landtag einziehen werden. Ich fahre mit einem erschöpften, aber glücklichen Gefühl nach Hause. Wir haben einen tollen Programmparteitag gehabt. Das ist somit ein Zeller-Programm. Wir haben ein ganz deutliches Votum vom Bundesvorstand bekommen. Wir haben eine schöne Erklärung zum Abschluss des Partaltages gemacht. Es freut mich, dass es ein so gutes Programm geworden ist. Ich bin ganz sicher, dass wir mit mindestens 6% in den Nirsächsischen Landtag einziehen werden. Die Arbeit hier hat sich gelohnt. Ich habe vorhin gelesen, wir haben drei Viertel der Anträge behandelt. Das ist relativ einfach. Man sieht mal wieder, was für eine tolle Basis wir haben. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man im Hintergrund nämlich die Leute, die tatsächlich arbeiten. Also mein persönliches Highlight ist natürlich, dass wir Inhalte bringen können. Was ich besonders gut fand, dass wir ein gutes Programm jetzt hinbekommen haben. Spricht dafür, wie diszipliniert und konzentriert hier gearbeitet wurde. Wir endlich in den Wahlkampf starten können mit Inhalten. Und zeigen, warum wir berechtigterweise in den Landtag einziehen. Ich freue mich richtig auf den Wahlkampf. Ich freue mich richtig auf den Wahlkampf.